Schöne, gute, 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 verehrt. Herzlich willkommen in der Hauptstadt für Freiheit! Wir sind heute hier, wo meinten steht denn das? Ist das hier im Glauben? Für Frieden, für Freiheit, für Wahrheit, für Liebe, für Gründerichkeit, und für Gewaltlosigkeit. Und ich freue mich, dass ihr heute alle mit diesem Unterricht gekommen seid. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir anfangen, zu sprechen, die Menschen an der Siegesäule eben ein bisschen um Abstand bitten. Wir haben wieder von der Polizei bei Hinweisen bekommen, dass ihr doch noch mal kurz und gleich ein bisschen um Abstand bitten müssen. Auch am Tower 16 kommen die Leute langsam nach. Da haben wir auch gehört, dass die Abschnitte teilweise nicht eingehalten werden können. Bitte seid ihr lieben, lasst diesen großen Tag auch groß zu Ende gehen. Ihr habt bisher wirklich viel Erfolg. Ich danke euch, dass ihr das eigentlich immer erfolgt. Vielen, vielen Dank dafür. Meine Lieben, ihr alle, das neue Applaus. Ihr alle seid ein Zeichen dafür, wie sich eine Gesellschaft anbinden sollte, die für Wahrheit steht, die für Friede steht, die für Kooperation steht, die für Eigenverantwortung steht. Und das, was hier in den letzten 40 Stunden in dieser Hauptstadt von der politischen Führung aufgeführt wurde, ist ein armes Zeugnis. Und wir sind heute hier, um zu fordern, dass das ein Ende hat. Und das Interesse ist, wie es groß ist, über YouTube sind etwa 50.000 Leute live, die schauen, dass wir zu, ihr seid nicht alleine. Und hier ist die ganze Straße voll, wir haben Bilder aus der Jugend, wir haben die Bilder vom Kraten, wir sind mit dem Flugzeug geklogen. Es ist großartig, was sich hier heute abfliegt. Und ihr seid alle ein Teil davon. Heute sind wir alle Berliner. Und wir sind natürlich immer der Liebe, das ist der Achtmann. Das ist der Achtmann eines Statenkampfs, der noch nicht vorbei ist. Denn immer noch, ich habe da merkt, im Amt, immer noch, auf die Regulierung genauso weiter, bis sie den letzten Wochen aufgehört hat. Aber wir müssen uns dafür einsetzen, mit Liebe, mit Geduld, mit Kraft, mit Mut, mit Motivation, Motivation, dass wir zu unserem Ziel kommen, dass die Wahrheit um Sieg und dass die Einverantwortung und das Selbstbewusstsein für das, wer wir sind und für die Wahrheit, dass wir gesagt haben, wieder groß geschehen werden. Denn Ende zum Ende mit den Lügen, ich kann sie nicht mehr hören, das was wir gesehen haben, und wir haben gleich zu uns alle gesehen, was hier passiert ist. Und wir sind durch alle Gerissen gegangen, die Atmelde hat einen Gerissenjob gemacht. Und die haben auf der ganzen Reihe einen Sieg eingefahren. Und es gibt noch etwas Recht in diesem Schlag, und so lange dieses Recht von ihr ist, müssen wir hier stehen und müssen die Hand hochhalten und sagen, so kann es nicht weitergehen, so konnten wir nicht weiterfahren, so wollen wir nicht weiterfahren. Wir wollen zurück zur Freundlichkeit, wir wollen zurück zur Brüderlichkeit, wir wollen zur Einigkeit, wir wollen zu Recht und wir wollen zur Freiheit. Und dafür sind wir heute hier und dafür stehen wir ein. Und wenn ihr hier seid, in dem Programm schon ein bisschen lieber zu, aber ich wollte euch nur ganz kurz diese Worte sagen. Ich bedanke mich für jeden Einzelnen. Ich glaube nicht, dass ihr weniger wichtig seid als ihr, die hier oben stehen. Jeder von euch macht einen Riesenjob, jeder von euch, der einsteht, was er sagt, der Refressalien in Kauf nimmt, der Gegenwürdig in Kauf nimmt, der macht genau das, was in dieser Gesellschaft so tief und benötigt ist. Menschen, die Verantwortung übernehmen, die einstehen für was sie glauben und die so ein Ziel haben, eine Gesellschaft zu verändern. Eine Gesellschaft voller Lügen zu beendern, hin zu einer Gesellschaft für eine Zukunft für die Kinder. Eine Gesellschaft, in der wir alle leben möchten, ein Land, das einmal wieder das werden soll, was es mal war, meine Lieben. Und dafür wollen wir kämpfen, dafür wollen wir aufstehen. Und ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Und jetzt geht das los, auf meine Lieben von dem Prozess und danach kommt der Anno. Und bitte, da ist die Leute, was...